Hallo lieber Frank, jetzt kommt noch mal eine versprochene Nachricht mit unserem Huhn, der ist jetzt wieder fit und gesund. Wir haben einen Huhn, also wir haben Hühner hier am Hof und ein Huhn, ein junges Huhn, das ist bei uns als Küche auf die Welt gekommen, das hat einen geschwollenen Kopf immer gehabt, heißen Kopf und auch entzundene Augen, eitrige Augen. Dann habe ich das behandelt mit dem Mitteln, das dann ein bisschen was gebracht hat, also so ein bisschen war das weg, dass die Augen nicht mehr eitrig waren, aber das Huhn war halt immer noch anders und zurückhaltend und ruhig und hat sich immer ein wenig abgesondert von den anderen Küken, sage ich einmal. Auf jeden Fall habe ich dann die glorreiche Idee gehabt, dass ich dem könnte zwei Frequenztropfen doch zuführen, das habe ich dann gemacht und das war dann für mich ein absolutes Phänomen, was dann passiert ist. Das Huhn habe ich auf die Stange gesetzt, das hat sich aufgebluschtert, die Flügel weggespreizt und ich habe richtig gespürt, wie das Huhn so gedacht hat, was passiert jetzt mit mir? Boah, so, aber richtig gespürt, wie das Huhn anfängt zu raddern und in dem Moment habe ich aber auch schon können im Sekundentakt, wirklich im Sekundentakt zugucken können, wie der Kopf abschwillt und der Kopf normal war. Und dann, nachdem der Kopf abgeschwollen war, hätte das Huhn wieder die Flügel angelegt und ist normal auf der Stange gesessen und war dann auch ruhig. Und seitdem ist das Verhalten von dem Huhn auch ganz normal. Das hat sich immer ein bisschen abgesondert von der Gruppe, weil es halt immer geränkelt hat. Und jetzt ist es gut, total gut und ganz normal. nichts mehr. Also ich bin begeistert. Phänomenal.